Check, check, hello, can you read me? Buck Thunder, Buck, Buck, oh, it's me, Phil, your Divorce Attorney. Welcome to Buck Thunder 2, Xenoslaughter, another Buck Thunder Game. Your Ex-wife is back and more evil than ever. She's sending a bunch of our new blood-sucking-boyfriends out. So go shoot them, just kill them all, Buck, that's, that's the game. Yo, Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu Buck Thunder. Nein, natürlich bei Hi-On-Live sind wir. Spiel fängt schon sehr gut an. Double Jump. Oh, shit, I'm sorry, Buck. I forgot there's no Double Jump, just crouch. We gotta try crouching, Buck. Fucking scheduling and scoping bullshit. A fucking crouch prioritized over a Double Jump. Who is this? Who are these people above us? Ja, wer macht sowas? A bunch of your ex-wife's new alien-boyfriends. There they are, coming right at you. That's what I'm talking about, Buck. Kill those fuckers. Kein Double Jump, aber dafür kannst du crouchen. Ja, geil. You're so fucking cool. Oh, I'm so excited and... Oh my God, Buck, you did it. You opened the door. You're a fucking genius. You are my favorite client. It's me, by the way, your divorce attorney. Don't forget, I'm Bill, your divorce attorney. Let's go. Let's get moving. Let's defeat your ex-wife. Yo, da ist... Oh, 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 oh. Da geht was. Ja, wir fangen hier erstmal mit so einem, sagen wir mal, 2D-Shooter an. Das wird sich gleich noch ändern. Die Story ist schon so geil, wie sie anfängt. Ernsthaft? Wir können sogar beim Schießen nachladen. Ist ja geil. So, dahinten geht da was. Oh yeah. Nice. Oh, hier geht auch was. Hier sind wir ein bisschen in der Bedrängnis. Aber alles easy. Aber einen neuen Voice Actor, oder was? Was geht denn hier ab? Irgendwer redet doch da mit uns. Man könnte ja fast meinen, wir sind hier in einem Computer-Spiel. Was geht denn hier? Ich bin in. Du wirst nicht tun, was ihr es nicht weirrt. Wunderschön. Hmm. Oh my god, don't give me that luck, Narc. What, are you mad that I'm throwing this party tonight? It's fine. Mom and Dad are gone for a whole fucking week. We can do whatever we want. Here, come on, try some. You know it's good for your depression, right? Okay, we're totally gonna rage tonight. I cannot wait. I gotta text Jen and make sure she brings the good shit. Did you know she almost got a DUI? Don't tell anyone. That is a secret. But everyone already knows. It's really fucked up. Her parents took away her car, which sucks because we could fit two kegs in her trunk. I mean, whatever. I think Oliver's boyfriend has it covered. Which, by the way, they are really not right for each other. Skylar saw them fighting in the Circle K last week, which I wish I was there because I love watching people fight. But they don't know that. I mean, they do know, but we're acting like they don't know. but honestly, it's really obvious just from watching them. They don't even like each other. Ugh, finally. There you are. I felt like I was losing my mind. So, do you want any or nah? Fine, more for me then. Alright, I'm gonna go get ready for the party. This stuff's gonna last me all week. It is powerful. Ja, und damit herzlich willkommen zu High on Life. Ähm, ja. Unsere Eltern sind scheinbar weg. Wir haben eine Runde gezockt. Unsere Schwester ist einfach auf Koks. Mom told me I was in charge. She did it in secret, so it wouldn't hurt your feelings. And Dad said that he flat out doesn't love you. It was actually pretty messed up. By the way, Mom left you a note on the fridge. Go read it. Then come meet me outside. I need your help grabbing Party shit from the store. Das will ich sehr lieben. Aber wir können dich nicht weiter unterstützen, wenn du den ganzen Tag nur rumsitzt und Videospiele spielst. Du solltest dem Beispiel von Lizzie folgen. Sie wurde bereits an drei tollen Schulen angenommen. Ich hoffe wirklich, dass du dich zusammenreißen kannst. Warum überlegst du dir nicht einen Plan, bis wir zurückkommen? In Liebe, Mama. Mhm. Toll, Mama. Komm, ich will nicht alles selbst tragen. Entspann dich, wir sind doch unterwegs. So, was geht? So, I guess... Holy shit! Oh, what the fuck? Get down and stay quiet. Gar nicht seltsam, ne? I knew Aliens were real. Ha, 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 ha! Shan, awalaha, shitao, hitka, wang, halawa, wangwaha. Is that what they're saying? Oh, shit! Look, it's Mr. Pilfrey! He's got that, um, what's it called? Uh, dementia. Oh, what's going on out here? Martha, is that you? Oh, my God! Oh, my God! What did they just do to Mr. Pilfrey? What the fuck is going on? Oh, hua, 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 hua. Luman de Tanda, ula bagi, wola догama. Bisschen weird, den einen haben sie aber auch hart ausgesaugt. Das fragen wir uns auch, was das ist. Ja, das geht mit mir. Ja, das geht mit mir. Ja ok, dann killen wir die halt zuerst. Oh, da geht ja richtig was ab. Der Arzt ist aber mal ordentlich durch den Kopf gehen lassen. Oh, wer bist'n du? Ach, es ist explodiert bald. Junge. Au, da haben aber Onzeigen gepressen. Haha, du bist gut, by the way. Okay, nice. Wie geil, ich treffe die Elf, wir gar nicht. Ah, was ist denn mit ihm los? Ah, was ist denn mit ihm los? Ah, was ist denn mit ihm los? Ah, was hier passiert? Mikrowelle? Hab ich eben gesehen. Oh, wow. Ich kann jetzt verstehen, dass du jetzt verstehst. Die Mikroben sind beeindruckend, wir können bitte einfach über all diese Scheiße gehen. Oh, danke Gott, es funktioniert. Okay, es wird nur noch eine Sekunde, um aufzunehmen. Hallo, Aliens von der Erde. Mein Name ist Gunnatius, Leder des G3-Kartels. Das war's. Oh, genau das. Das war's. Wie geht's. Es geht um auf dem Weg. Lass uns hier raus. Wie geht's? Wo sind wir? Das blau. Wenn du jemanden kannst helfen? Du hast in die große Städte? Weil du das willst. Daher ist eine OSCITIE! Es ist eine große OSCITIE! Und du wird aus deinem Leben. Und du einfach in meine Hand. Okay. Oha. Nice. Okay, der Kollege will also, dass wir uns hier ein bisschen rumfragen. Wen können wir denn mal fragen gehen? Gehen wir mal hier hin. Hallo. Du sprichst nicht mit uns. Okay, sehr schön. Was ist denn mit dir? Redet überhaupt irgendeiner mit uns oder was? Hey, wir suchen für Gene Zaruthian, der Bounty Hunter. Any idea where he might be? Who? N-n-no. Do you know how many freaking people live here? And you expect me to know, this is this guy? No. Oh no, of course not. Okay, not everyone is gonna be helpful. Okay, wir suchen weiter. Der da hinten sieht aus, als wüsste der was. Uh, hello? Oh, da schläft einer. Oh my god. It can't be. What do you want? You're not the famous Bounty Hunter Gene Zaruthian, are you? Who's asking? You're, you're really Gene. Yeah, I'm really Gene. That's me. Like on the ads. Disappointed? Guess how I feel. Uh, okay, well, whoopsies. We were gonna ask for your help fighting the G3 cartel, but... Kid, do I look like I can help anyone? I just got evicted. I don't even have a goddamn home. Can, can you point us in the direction of, you know, a bounty hunter friend that's still working, you know, still has their legs? Ho, 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 ho. Look at that nice house. God damn. Where'd that come from? That's a great fucking house. You see that house? Huh? Oh, yeah, I do. Yeah, that's this hairy alien's house. The one holding me. Ah, damn. Can't stop looking at that beautiful house. Uh, yeah, okay. The gears are turning. Maybe I can help you. You can? But you just said... Yeah, yeah, yeah. I said I'd help you fight the... Who'd you say? The G3 cartel? Oh, yeah. Come on, that's crazy, but... Okay, whatever, whatever. Yeah, 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 sure. We'll kill them all. Easy. Heh. I've got a fully operational bounty suit in my cart over there. Really? That's convenient. Yeah, I can turn that hairy kid of yours into a true blue bounty hunter. But if they die, I want the house. That's the trade. Are you sure? I don't think they've even fired a gun before today. And wait, you want the house in return? Yeah. This is a great deal for you. I mean, you get all my old bounty hunter shit and I might get a house. I don't know. Enough talking. Just be a gun for a second. You, hairy kid, put on the suit. See how you feel. Then make a decision, yeah? I can always just pawn this shit off. Okay, go ahead. Try it on. What choice do we have?